Wir sind hier von Team Hardware for You auf der Gamescom 2011 und produzieren für euch exklusive Coverage, die ihr vielleicht bei den anderen Leuten noch nicht gesehen habt. Wie wir sehen können, ist die Gamescom dieses Jahr wieder super gefüllt. Es ist verdammt eng hier und es ist eine super Stimmung. Wir fangen für euch ein, was die anderen nicht einfangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.